In dieser Ausgabe wollen wir miteinander darüber sprechen, ob der Silberpreis im Bereich von 11,50$ einen Boden ausgebildet hat und ob man denn die Einstiegsmöglichkeit, die schlechthin bestand, jetzt verpasst hat. Denn immerhin hat der Silberpreis 30% gemacht, aber noch viel wichtiger als die Frage, ob das der Boden gewesen ist. Wir wollen miteinander darüber sprechen, wenn man denn noch eine mittel- und langfristige Position aufbauen möchte. Sollte man jetzt noch schnell hinterher springen, bevor der Silberpreis noch weiter rennt oder ergeben sich noch gegebenenfalls später Einstiegsmöglichkeiten? Das sind die Themen, die wir heute miteinander besprechen wollen und vorher, damit es auch keine Interessenskonflikte gibt, ich persönlich habe bei Silber über die kleine Zeiteinheit erkannt, dass der Silberpreis sehr stark und sehr dynamisch gestiegen ist. Es gab hier sehr viel Volumen und dann ist der Silberpreis in eine sehr enge Konsolidierung übergegangen und ich habe noch am Freitag zu unseren Mentoschülern, die mit mir das Traden lernen und auch zu unseren Premium-Abonnenten gesagt, Achtung, der Silberpreis macht eine sehr schöne Konsolidierung, denn was diese begrenzende Linie angeht, Widerstand, 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 jetzt nicht mit dem Gap-Risiko und das Wochenende vor der Tür jetzt auf dem Freitag ins Risiko gehen auf dem Freitagabend, wir warten den Montag ab und der Silberpreis hat uns den Gefallen getan und ist dann am Montagmorgen ausgebrochen, richtig schöner Trade für uns auf der Long-Seite, wir hatten dann auch ein Take-Profit für die Hälfte unserer Position eingegeben, im Bereich der 15,35, weil hier nämlich eine untergeordnete technische Widerstandszone ist, also wir haben die Hälfte jetzt realisiert, haben den Stop angepasst und schauen, was der Silberpreis jetzt zukünftig machen möchte, das ist kurzfristig und für all diejenigen, die sagen, wie findet er eigentlich seinen Einstieg, wo setzt er seinen Stop-Loss, wie schafft er das eigentlich zu warten, wie berechnet er seine Zielzone, all das kann man in unserem Mentor-Programm lernen, aktuell haben wir 25% Preisnachlass für unser Programm im September, das bedeutet auch, nicht nur von mir traden lernen, sondern ein Jahr lang mir live beim Traden über die Schultern schauen, alle Trades sehen und dann auch sehen, wie macht er das, inklusive Geldrückgabegarantie unten, der Link in der Beschreibung könnt ihr euch sehr gerne angucken, wenn ihr sagt, naja, traden lernen interessiert mich nicht, aber ich hätte gerne Profi an meiner Seite, bitte morgen Briefing oder Plus-Paket sich informieren, haben wir noch bis Ostern, die Rabattaktion, guckt euch das gerne an, wenn ihr mit mir gemeinsam live traden wollt, jetzt, ich würde gerne über die Woche kommen, wir sehen, dass der Silberpreis vom Tief innerhalb kürzester Zeit, das muss man dazu sagen, wirklich innerhalb kürzester Zeit eine sehr starke Bewegung gemacht hat von 30%, das Ganze in gerade mal 21 Tagen, jetzt ist die Frage, war das der Boden, die 30% allein reichen allerdings nicht aus, damit wir davon sprechen können, dass das der Boden gewesen ist, oder dass es nicht der Boden gewesen ist, sondern, was wir uns anschauen sollten ist, Silber ETF, in Dollar SLV weltweit größte ETF, was auffällt ist das extrem hohe Volumen, was wir hatten, wenn man sich diese gesamte Seitwärtsphase anschaut, das höchste Volumen hatten wir im Bereich der Tiefs, das ist in der Regel ein Anzeichen dafür, wenn so ein Doji entsteht, dass auf der einen Seite panisch verkauft wird, oder auch vielleicht automatisch verkauft wird, darüber sprechen wir auch nochmal, und auf der anderen Seite aber auch offensichtlich gekauft wird, denn ansonsten würde ja der Preis nur fallen, wenn nach extremen Bewegungen viel Volumen reinkommt, dann ist es in der Regel so, dass eher die Kleinanleger rausgehen und die Institutionellen rein, das per se reicht aber nicht, um zu sagen, dass das jetzt der Boden schlechthin ist. Was man sich ebenfalls anschauen muss ist, wenn wir nochmal zurückgehen zur Silberunze und vom ETF weg, dann fällt auf, dass wir hier eine horizontale Unterstützung hatten, die zwischen 2015 und 2020 fungierte. Hält, hält fast, hält nochmal, hält nochmal, dann fallen wir mit Karacho durch. Ich habe im letzten Video gesagt, bis zum Beweis des Gegenteils, ist die 13,70 eine starke Widerstandszone. Und was passiert, der Silberpreis nimmt das einfach sofort wieder raus. Die Tatsache also, dass der Markt hier Unterstützung, nicht ganz Unterstützung, aber hier nochmal Unterstützung hat und das bärisch aufgibt, aber dann sofort es schafft, diese Zone wieder rauszunehmen, ist eher ein Indiz dafür, dass es sich hier um einen möglichen Boden gehandelt haben könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass man jetzt schon sagt, oh Mann, hab's doch gewusst, hätte ich's mal gekauft. Langsam, der Reihe nach. Was spricht außer der Tatsache, dass der Markt um 30% steigt und viel Volumen war also noch dafür, dass es der Boden ist, die Tatsache, dass Unterstützungen 4, 5 Jahre lang halten, dann bärisch aufgelöst werden und in der Folge sofort der Silberpreis aber diese Unterstützungen sich zurückholt. Das spricht alles eher dafür, dass es ein Boden sein könnte. Vom Sentiment her, und das meine ich in keinster Weise sarkastisch, es gab diverse Personen, die sich natürlich aufgrund dieser massiven, sehr bullischen Bewegung um Silber verscharrt haben, 440% in zweieinhalb Jahren. Heute wissen wir, dass es eine kleine Blase gewesen ist oder eine große Blase. Und diese Schreier, Silber 100 Dollar und Silber 100 Dollar und Silber 150 Dollar, die hört man nicht mehr, die kümmern sich gar nicht mehr um Silber. Die kümmern sich jetzt darum, dass sie Bücher verkaufen wollen zu irgendwelchen Themen, weil keiner mehr an Silber 100 Dollar glaubt. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass die einfach aus dem Markt rausgespült wird. Im Übrigen, das ist das, was ich im Kryptomarkt immer wieder anspreche, diese ganzen Schreier, die sagen Bitcoin sonst wohin, die müssen aus meiner Sicht erstmal aus dem Markt rausgespült werden. Das ist, dass diese ganzen Leute, die ihre Lambo sich mit Bitcoins und so weiter und so fort lassen wollen, dass die raus wollen. Beim Silbermarkt sehen wir das. Spricht das also dafür, dass man tatsächlich den Boden verpasst hat? Ist nur nicht entschieden, denn mehrere Sachen müssen wir beachten. Vom Hoch zum Tief wäre 61% des Ausverkaufs abgearbeitet, wenn der Silberpreis es schafft, in Richtung 16, 13 zu gehen. Das ist immer eine sehr, sehr starke, wichtige technische Marke. Es hat nichts mit Mathe zu tun, es hat nichts mit Logik zu tun, es ist ein Massenphänomen. Dann haben wir hier eine weitere horizontale Zone, das war hier Widerstand, dann nimmt der Markt das raus, fällt wieder durch, verstärkt es. Und wenn wir ein bisschen weiter höher gehen, im Bereich von 16,60, das Unterstützung, das Unterstützung, das Unterstützung, der Markt fällt mit Karacho durch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man sagt, warte mal kurz, ist das dein Ernst? Der Silberpreis steigt um 30% und du sprichst davon, dass er nochmal 10% steigt. Das ist doch sowieso vorbei. Kann sein. Aber wisst ihr was? Gerade aus mittel- und langfristiger Sicht kann ich mir nur wünschen, dass der Silberpreis hier hinkommt. Hier ist auch noch die 200-Wochen-Linie. Und guckt euch das an, der Markt hat hier damit gekämpft, hat es als Unterstützung fehlt. Ganz starker Widerstand. Hier ist sogar die 200-Monats-Linie. Das heißt, für den Fall, dass es den Silberbullien gelingt, noch weiter Gas zu geben, hier wartet eine richtig, richtig starke Widerstand. Und jetzt würde man sagen, ja schön, war das eine starke Widerstandszone. Und was bringt mir das? Es ist häufig so, dass wenn der Markt eine panische Reaktion macht und dann zurückkommt und sogar es schafft, diese 61 rauszunehmen und noch ein bisschen weiterläuft, dass dann viele denken, oh, jetzt ist er weg, dann neigt er dazu, noch einmal an diese Ausbruchszone zurückzugehen. Ich mache da jetzt mal ganz bewusst einen extremen Schwank und zeige euch einmal den Goldpreis und zwar in Euro. Warum mache ich das? Würde ich gerne euch in Ruhe einmal erklären. Denn das, was wir sehen können, ist das Folgende. Der Goldpreis in Euro fällt unter 1.000 Euro. Das Ganze war zwischen 2014 und 2015. Ich habe damals Gold nicht gekauft. Was dann aber passiert ist, ist der Goldpreis in Euro ist hochgeschossen um 35% in Richtung 1.170. Und ich habe seinerzeit Videos gemacht für die Seite gold.de. Das würde ich nach wie vor sehr gerne machen. Gold.de, eine sehr seriöse Seite, die hat mich immer sehr gut behandelt. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und das gibt es online, das kann man sich angucken. Da habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, wenn wir aber wieder in Richtung 1.000 zurückkommen, ist das eine echt starke Unterstützungszone. Und da will ich Gold in Euro kaufen. Ich habe nicht den ersten Hit gekauft. Da habe ich den zweiten Hit gekauft. Und als der Markt nochmal hochgegangen ist, habe ich nochmal gesagt, wisst ihr was, der kann nochmal in Richtung 1.000 zurück. Und guckt euch das an, immer noch eine Performance von 69%. Und wisst ihr was, man musste nicht den Boden greifen. Und das bedeutet, manchmal kommt es einem so vor, Mann, der ist weg, ich habe es verpasst und der kommt nie wieder. Und dann neigt man dazu, hinterher zu springen. Aber Leute, es ist noch gar nicht klar, ob das wirklich echt ist. Denn wenn wir in Anführungszeichen Pech haben und der Markt relativ früh den Rohrkrepierer macht, dann hat er nur eine sogenannte Bärenmarktrelly gemacht. Und eine Bärenmarktrelly heißt ein ziemlich steiler Anstieg. Und alle denken sich, oh, das ist ja super. Und dann macht er doch nochmal so ein bisschen das tiefere Tief. Und läuft in Richtung 10 Dollar. Oder darüber hinaus, was weiß denn ich vorhin laufen. Und das hohe Volumen ist nur ein Anzeichen dafür, dass Institutionelle kaufen. Aber Institutionelle können dann nochmal bei 10 Dollar kaufen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir von einem Boden sprechen, alles was ich mir nur wünschen kann, ist, hey Silber, lauf weiter. Nicht wegen meiner kurzfristigen Position, da ist der Stop eng, sondern lauf weiter. Denn weißt du was, je mehr du hier in den Widerstand dich reinschraubst, desto mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein echter Boden ist. Und nicht nur eine sogenannte Bärenmarktrelly. Und dann muss ich sagen, okay, weißt du was, angenommen, du steigst bis da oben hin, super. Dann spielen wir doch das 61er-Fibur-Spiel andersherum. Ach was. Dann wäre genau dieser Boden, der 15, 18, 19 und so weiter und so fort gehalten hat, das wäre dann die große Unterstützung. Wahnsinn. Cool. Das heißt, ich will warten. Gut. Damit ich sehe, dass er weiterläuft. Aber was, wenn er nicht weiterläuft? Was, wenn er wieder schnell zurückkommt? Dann kann das eine Bärenmarktrelly sein. Dann können wir uns entspannt zurücklehnen und müssen noch länger warten. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man mittelfristig reinkommen kann? Aus meiner Sicht ja. Wenn der Silberpreis jetzt einfach mal zum Beispiel bis in den Juni hinein in dieser Range bleibt. Dann können wir sagen, Mensch, schlägt sich aber wacker. Will gar nicht mehr hin. Und wenn dann der Ausbruch kommt, dann gibt es eine andere Möglichkeit, da reinzukommen. Mir wäre es lieber, er würde noch stärker steigen und dann den Pullback kriegen. Ansonsten ganz lange seitwärts laufen. Von mir aus auch bis zum Herbst. Das ist doch super. Dann gewöhnt sich der Markt da dran und dann hat er die nächste Möglichkeit, durchzulaufen. Und dann ist noch was ganz anderes wichtig. Wisst ihr, ich gucke mir in den letzten Jahren so viele Ausgaben an. Verdoppelt sich Silber jetzt? Ist das die einzige Möglichkeit? Musst du jetzt reingehen? Ist das jetzt? Jetzt musst du ran. Ne, wisst ihr was, Leute? Das ist das, was ich versuche auch immer wieder zu erklären. Wenn irgendwann mal der Trend losgeht, hast du noch so viel Zeit. Was meine ich denn damit? Folgendes. Lass uns sogar ganz absichtlich noch eine Zeiteinheit größer gehen. In den Monat ran. Und vielleicht, wenn ich gerade hier so mit dem Chart das noch zurecht rücke, ist alles kostenlos. Und wenn jemand sagt, Mann, das finde ich echt gut, einfach Kanal abonnieren. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, das heißt, wenn ich eine Ausgabe mache und ich mache zum Thema DAX, man sagt, das interessiert mich nicht, da muss man sich das nicht angucken, aber wenn man das auf dem Smartphone hat, da wird man benachrichtigt, dann weiß man, ah, okay, das will ich sehen, da kann man dabei sein. Was ich euch sagen will ist, schaut mal. Hier. Wir haben hier die Zone um 20 Dollar. Scheitert, kommt hier hin, 1980 scheitert. Hier. Hier war es die 18,80. Wenn der Markt irgendwann mal diese 20 Dollar rausgenommen hat, dann hat er eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, als erstes in Richtung 30 Dollar zu laufen. Und in der Folge wird sich dann zeigen, ob der Markt sogar das Potenzial hat, in Richtung 38 Dollar zu laufen. Das heißt, selbst wenn man in dieser Phase den Einstieg nicht bekommen sollte, ergibt sich dann im Trend und mit der Bruch der 20, wahrscheinlich sehr ähnlich, wie ich es gerade gezeigt habe, bricht die 20 richtig, lauft weg, dass man denkt, oh, der ist weg und dann im Rücklauf. Denn dann hat der Markt zum Beispiel folgendes gemacht, dass hier eine Unterstützung, die bricht, dann macht er hier diese Tiefs, dann wird das hier zum Widerstand und dann kann er sich hier festsetzen und weiterlaufen. Das wäre dann eine Schulter-Kopf-Kopf-Schulter-Formation. Sagt, dafür muss man aber viel Fantasie haben. Nee, man muss dafür nur Geduld haben. Das heißt, alles, was ich euch jetzt hier sage, ist, ich persönlich, boah, ich bin echt in der Kreide mit meinen Silberpositionen. Denn ich habe zum Beispiel hier das erste Mal Unterstützung gekauft, sieht nicht so gut aus. Dann habe ich hier auch nochmal Unterstützung gekauft, sieht nicht so gut aus. Zum Glück bin ich jemand, der immer ganz kleine Positionen kauft und sich rein titriert. Und ja, ich habe auch, wenn wir jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist schon ein bisschen her. hier Positionen gekauft, also um die 17 Dollar habe ich auch nochmal gekauft. So, ich bin in der Kreide. Ja, gut. Und wisst ihr was? Alles gut. Im Gesamtportfolio ist das, was in der Kreide ist, völlig okay. Ich muss jetzt nicht ungeduldig werden und von heute und sofort diese Positionen langfristig ausgleichen. Sondern, was ich gerade gezeigt habe, bitte herzlich gerne nächste Bewegung machen, okay, und von mir aus sogar in Richtung 16,60 laufen könnt, den Rücksetzer in Richtung 14 Dollar finde ich interessant. Oder lange in dieser Zone konsolidieren. Und selbst wenn das alles nicht klappt, was sehr unwahrscheinlich ist, nehmen die 20 von. Dann bin ich sogar bereit, deutlich größere Positionen zu investieren. So, dann nochmals. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, nee, also der geht sogar noch in Richtung 10 Dollar. Das ist nur eine Bärenmarktrede, aber ihr sagt, ist doch egal. Lass uns doch einfach mal gucken, wie sich der Preis entwickelt und vor allen Dingen, wie ihr sagt, das war eigentlich eine reine Aktion. Und so Panikkurse kommen mal, aber werden eigentlich nicht wieder eingeholt. Freue ich mich, wenn ihr mit mir diskutiert, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn euch unser Mentor-Programm oder unsere Premium-Produkte interessiert, findet ihr das in der Beschreibung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.